Auf der U6 finden zwischen den Bahnhöfen Kurt-Schumacher-Platz und Als-Tegel vom 7. November 2022 bis 2025 umfangreiche Bauarbeiten statt. Grund für die lange Sperrung auf dieser Strecke ist, dass der überirdische Damm der U6 vollständig erneuert werden muss. Zudem erfolgt ein Ersatzneubau der U-Bahnbrücke über der Seidelstraße sowie der barrierefreie Ausbau des U-Bahnhofs Holzhauser Straße. Damit du trotz der Baumaßnahme bequem an dein Reiseziel kommen kannst, haben wir einen barrierefreien Ersatzverkehr eingerichtet, der an allen U-Bahnhöfen hält. Also Kurt-Schumacher-Platz, Schanweberstraße, Otisstraße, Holzhauserstraße, Borsigwerke und Als-Tegel. Zudem hast du eine Auswahl verschiedener Jäbi Mobilitätsstationen in der Umgebung, um an dein Ziel zu kommen. Am Kurt-Schumacher-Platz erreichst du den Ersatzverkehr in Richtung Als-Tegel am besten über Ausgang A. Bitte beachte auch, dass am U-Bahnhof Otisstraße der Ersatzverkehr ca. 200 Meter entfernt vom U-Bahnhof in der Seidelstraße abfährt. Fahrgäste von oder nach Tegel können zudem auch die großräumige Umfahrungsmöglichkeit mit der S25 über Friedrichstraße nutzen oder mit der U8 und der S25 über Karl-Bohnhöfer Nervenklinik fahren. Das war BVG Navi TV. Wir bedanken uns für deine Geduld und wünschen dir eine gute Fahrt.